Die Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, ich bin Vajana von... Was? Es heißt korrekt, Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Nochmal von vorn. Jetzt du. Ich bin Vajana von Mutenui. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Äh, ich bin raus. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir gehen ins Reich der Monster? Keine Angst, es geht viel tiefer runter, als es aussieht. Ich falle immer los. Wenn du nach Tefiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Koko Mora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Ah, ich kann nicht mehr's. Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020